So Freunde, herzlich willkommen in der nächsten Folge von Astro's Playroom. Ich hab endlich ausgefunden, wie es guter ist. Yay. Zugiger Zugriff. Zugiger Zugriff. Hallo. Oh. Power. Power. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich komm so schnell voran. Das war's für heute. 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 Das ist das Militär. Das was der hier macht, das ist rein deutlich Militär. Das war's für heute. 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 So, das war noch ganz schnell, das muss jetzt auch noch schnell gehen. Äh, ist das schlimm. Oh! Oh! Ah, ah, ah. Das war's für heute. 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 Ja, die Memory Card. Das war's für heute. 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 Ah ja. Jetzt gibt es eine Sache. Das ist eine Sache. Yo yo Oh man, Joy, ich hab' nicht oft vergessen Nein Nein Oh man, Joy, ich hab' nicht oft vergessen Ay, ay, ay Ich hab' nicht oft vergessen Ich bin so früh Ich hab' nicht oft vergessen 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 Okay. Der möchte ich hoch. Aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Und ja, es wird lustig. Wahrscheinlich. Das ist anstrengend. Ja. Hallo. Ich wünsche mir das Haus für euch die Folge. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.